Folgen des Antiterrorkriegs Die Debatte über die rassistische Pegida-Mobilisierung in der Bundesrepublik hält an. Nach der jüngsten Dresdner Großdemonstration gegen Islamisierung empfehlen Teile des deutschen Politestablishments die Demonstranten ernst zu nehmen und ihre Forderungen zumindest teilweise zu erfüllen. Konkrete Folgen der Agitation bekommen inzwischen deutsche Muslime zu spüren, die zunehmend verbal angegriffen werden. Bereits seit Monaten werden verstärkt auch physische Attacken verübt, etwa Brandanschläge auf Moscheen. Muslime stehen in Deutschland unter massivem Druck. Seit parallel zum Antiterrorkrieg nach dem 11. September 2001 die Inlandspropaganda gegen sie deutlich verschärft wurde. Staatliche Maßnahmen wie die wahllose Rasterfahndung gegen Menschen islamischen Glaubens inklusive. Dies hat nicht nur dazu geführt, dass Organisationen der extremen Rechten ihre rassistischen Positionen oft modisch, anti-islamisch kleiden, sondern auch dazu, dass anti-islamistische Haltungen in der deutschen Bevölkerung tief verankert sind. Wie es in einer aktuellen Untersuchung heißt, die solche Haltungen analysiert, verbinden sich diese in jüngster Zeit mit einer stärkeren Handlungsbereitschaft. Sehnsucht nach Führung Die Debatte über die rassistische Pegida-Mobilisierung in der Bundesrepublik hält an. Während Teile des Berliner Politestablishments die Demonstrationen scharf attackieren und sich dagegen verwahren, dass Vorurteile auf dem Rücken von Flüchtlingen ausgelebt werden, so Justizminister Heiko Maas, dringen andere darauf, die Proteste unbedingt ernst zu nehmen, Innenminister Thomas de Maizière. Was es konkret bedeuten sollen, Ressentiments gegen Anhänger eines bestimmten Glaubens ernst zu nehmen, ist noch unklar. Diskutiert wird vor allem über eine Verschärfung der Migrationsgesetze. Wirklich ernst nehmen müsse heißen, eine Einwanderungspolitik zu verfolgen, deren Regeln sich strikt an den Interessen des eigenen Landes orientieren, heißt es etwa in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dies liefe darauf hinaus, die Forderungen der Pegida-Kampagne zumindest teilweise zu erfüllen. Alternativ heißt es in dem Blatt, in den Protesten drücke sich eine Sehnsucht nach politischer Führung aus, der man nachzukommen habe. Was mit Führung genau gemeint ist, bleibt allerdings unklar. Eingeschüchtert und verängstigt Konkrete Folgen der rassistischen Kampagne bekommen inzwischen nicht nur Flüchtlinge, sondern auch deutsche Muslime zu spüren. Viele Muslime sind eingeschüchtert und verängstigt, berichtet beispielsweise Bülent Uka, Professor für Islamische Religionspädagogik an der Universität Osnabrück. Vor allem diejenigen, denen man ihr Muslimsein ansieht, Frauen mit Kopftuch oder Männer mit ausgeprägten Bart. Nach wie vor stünden Muslime wegen des Terrors, den einige salafistische Organisationen verübten, im Westen unter Generalverdacht. Dazu trügen auch die Massenmedien bei, die dunkelste Szenarien einer islamischen Bedrohung an die Wand behalten. In letzter Zeit sei Islamfeindlichkeit zu einem Surrogat für Ausländer und Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen geworden. Das trifft nicht nur auf die Straßenproteste zu. Muslimische Mitarbeiter an unserer Universität sind in den vergangenen Wochen angepöbelt worden, berichtet Uka. Wir bekommen auch beleidigende E-Mails und Drohungen. Bereits zuvor hatte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masyek, geurteilt, besonders erschreckend sei es, dass Teile des Bürgertums zumindest eine gewisse Sympathie für die anti-islamisch-rassistische Agitation zeigten. Dies bezieht sich auch darauf, dass mit Pegida erstmals nicht nur Aktivisten der extremen Rechten sondern breite, politisch bislang nicht organisierte Kreise an anti-islamischen Straßenprotesten teilnehmen. Brandanschläge auf Moscheen Zu den Sorgen deutscher Muslime tragen nicht zuletzt Gewalttaten bei, die in den letzten Monaten gegen Moscheen verübt wurden. Kam es offiziellen Angaben zufolge 2001 bis 2011 im Jahresdurchschnitt zu rund 22 Übergriffen auf Moscheen, so stieg diese Zahl 2012 auf 35 und 2013 auf 36. Allein von August bis Oktober 2014 wurden neun Attacken gezählt, darunter mehrere Brandanschläge, einer in Berlin und zwei in Bielefeld im August, einer in Oldenburg im September und einer in Oldenburg im Oktober. Bereits 2009 war die Ägypterin Mawa El-Sherbini aus explizit anti-islamischen Motiven ermordet worden. Der Täter hatte sie zuvor als Islamistin beschimpft. Der Mord war in Dresden verübt worden, dem Zentrum der aktuellen Pegida-Demonstrationen. Unter Generalverdacht Zum Surrogat für Ausländer und Fremdenfeindlichkeit, wie Bülent Uka formuliert, ist der Islam im Rahmen des sogenannten Antiterrorkrieges geworden, an dem sich die Bundesrepublik nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 beteiligt hat. Während die westlichen Staaten große Teile der islamischen Welt mit Krieg, Afghanistan, Irak oder mit Kriegsdrohungen, Iran, Syrien, überzogen, weitere Teile zu Loyalitätsbezeugungen zwangen, Pakistan, Libyen, Libanon und den gesamten Nahen und Mittleren Osten auf eine provestliche Politik festzulegen suchten, gerieten in Deutschland und den weiteren Ländern des Westens Muslime unter Generalverdacht, anti-westliche Kräfte zu stützen. Polizeiliche Rasterfahndungen erfassten Studierende aus der islamischen Welt ohne jeglichen konkreten Verdacht. Verdächtigte aus der islamischen Welt wurden in Geheimgefängnisse und Folterhaft verschleppt. Kirchliche Organisationen sahen sich veranlasst, gegen eine Welle anti-islamisch gefärbter Berichte und Äußerungen in den Medien zu protestieren und klagten bitter über einen Verfall der Objektivität und Diskussionskultur, auch bei Politikern. In diesem Klima schossen anti-islamische Internet-Blogs mit zehntausenden Lesern täglich aus dem Boden. Beinahe modisch wurde es, den Islam ganz allgemein für vergleichbar mit dem Faschismus zu erklären. Rassismus à la mode Die kriegsbegleitende Inlandspropaganda ist damals von Organisationen der extremen Rechten mit Befriedigung aufgegriffen worden. Sie begannen erfolgreich, den alten Rassismus in ein modisch-anti-islamisches Gewand zu kleiden. In Europa haben zunächst der nord-belgische Flams Belang und die FPÖ, bald aber auch deutsche Parteien begonnen, ihre Agitation auf den Islam zu fokussieren und gegen den Bau von Moscheen und Minaretten zu mobilisieren. Prominentester Exponent der modisch-anti-islamisch operierenden extremen Rechten ist der Niederländer Gerd Wilders geworden, der den Islam als eine kranke Ideologie und den Koran ein faschistisches Buch nannte. Wilders Party for Freiheit wurde bei den niederländischen Parlamentswahlen am 9. Juni 2010 mit 15,4% der Stimmen drittstärkste Kraft und gewann über die Duldung eines konservativ-rechtsliberalen Minderheitskabinetts sogar Einfluss auf die Den Haager Regierungspolitik. In Deutschland blieben vergleichbare Erfolge der extremen Rechten jenseits einzelner regionaler Experimente pro Köln bzw. pro Nordrhein-Westfalen zunächst noch aus. Handlungsbereit Allerdings hat die Inlandspropaganda, die den sogenannten Antiterrorkrieg auch in der Bundesrepublik begleitete, tiefe Spuren in der öffentlichen Meinung hinterlassen. Wie es in einer aktuellen Analyse des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Berliner Humboldt-Universität heißt, erklärten bei einer repräsentativen Umfrage 27% der Befragten, sie hielten Muslime für aggressiver als sie selber. 30% hielten Menschen islamischen Glaubens zudem für weniger bildungsorientiert. Viele betrachteten islamisch und deutsch als Gegenkategorien und definierten Muslime aus dem deutschen Wir heraus. 42% wollen den Bau von Moscheen einschränken, 48% Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuchs verbieten. Naika Furutan, die Leiterin der Forschungsgruppe, die die Analyse erstellt hat, warnt, die islamfeindlichen Einstellungen der Bevölkerung stiegen zwar gegenwärtig wohl nicht mehr an, doch nehme die Handlungsbereitschaft in den anti-islamischen Milieus zu. Wie Moscheeanschläge und die Hassattacken auf muslimische Einzelpersonen und Entscheidungsträger verdeutlichen. Furutan urteilt, die Qualität der Abwertungen, die auch aus der Mitte der Bevölkerung kommen, verschärft sich. PEGIDA Dies drückt sich nun in den aktuellen PEGIDA-Protesten aus, in denen erstmals breite, politisch bislang nicht organisierte Teile der Bevölkerung in großem Maßstab gemeinsam mit organisierten Neonazis auf die Straße gehen. Die kriegsbegleitende Propaganda aus den Zeiten des Anti-Terror-Krieges wirkt.